moin moin und hallo meine lieben gaming freunde schön dass sie wieder eingeschaltet hat bei der tops tv und die große spiele bibliothek von abc denn heute möchte ich euch wieder ein spiel daraus vorstellen und zwar split second für die xbox 360 und zacken ist auf der xbox series von daher bleibt dran seid gespannt was es für ein autorennen ist genau wie ich so meine lieben freunde jetzt haben wir split second für die xbox 360 und starten die ersten 30 minuten noch genau jetzt wir wollen natürlich ein spielstand erstellen dann speichern mal willkommen in der show hört den schriftlichen test hast du bestanden aber bist du auf der rennstrecke genauso gut wenn du mich dort draußen beeindruckt bist du dabei in der ersten folge der neuen staffel von split second es werden milliarden von menschen zu sehen wir müssen also sicherstellen dass du das gaspedal findest ein renn wie dieses hast du noch nie erlebt ich weiß du willst gleich loslegen und was in die luft jagen aber zuerst die basics zeigt mir was dieser testwagen drauf hat war eine proberunde auf dieser strecke und sei schnell wir sehen uns hier am start wieder los geht gas okay dann wollen wir mal so ein bisschen gas was auch sonst war geiler trip die drüben wo kommen wir den kameramäxel machen jetzt gute runde macht sammeln jetzt energie damit du explosion auslösen kannst um einen blauen abschnitt in deine anzeige zu füllen das habe ich gerade viel besser gemacht gerade so schön gedriftet du hast jetzt genug energie für ein power play folge den anderen testfahrern und wenn du über ihnen ein ziel siehst jage es mit dem power knopf in die luft oh oh ich eier hier rum yes du brauchst mehr energie bevor es weitergehen kann zerstört der zähler muss rot werden gib gas der zähler muss rot werden okay dann schauen wir mal was wir hinkriegen gut mit dem level zwei power knopf schaffst du noch größere explosion nämlich sagen wenn du über dem anderen fahrer ein rotes symbol siehst probier es mal okay brücke b drücke b und nicht was rotes see eieieieiei gucken wir mal es ist aber keiner da jetzt noch ein letzter test bevor es losgeht setzte mehrere fahrer mit power place außer gefecht was soll das ein power play ich störe 5 gegner mit power place oder ich bin einfach zu schnell ein gegner übrig Ne, zwei. Noch ein Gegner. Baaam, weg ist er. Zerstört. Gut gemacht. Gute Arbeit. Das heißt Glückwunsch, du bist dabei. Hi. Lass uns das Set hier fertigstellen und wir sehen uns dann in der ersten Folge der Show wieder. Viel Glück. Okay, es geht also darum, ein Rennen zu fahren und die Gegner zu zerstören. Na gut, was können wir jetzt? Schnelle Spiel, Splitscreen, wir wollen natürlich Staffel. Diese Folge neu auf Sendung. 300 zu gewinnen Credits. Probieren wir es mal. Feuerwerk. Willkommen bei Split Second. Wenn sie auf verboten schnelle Autos und explosive Spannung stehen, dann sind sie genau richtig. In den nächsten zwölf rasanten Folgen treten auf unserer Rennstrecke Wettbewerber aus aller Welt gegeneinander an, um sich einen Platz in der Split Second Elite zu ergattern. Diese Riege erstklassiger Fahrer gilt es zu besiegen. Wer muss seinen Koffer packen und wer kommt in die nächste Runde? Die Kandidaten werden in ihre Events, bei denen sie möglichst ihre Credits sammeln, um sich für das Meisterschaftsrennen zu qualifizieren. Brücken werden einstürzen, Häuser zu Staub zerfallen. Nervens ist es sicher. Fahrer wählt eure Events mit Bedacht und abschneidig vergessen, denn da draußen knallst gleich. Puh, das hört sich nach purem Chaos an. Wir fangen mal ganz von vorne an, würde ich sagen. Alle Fahrzeuge freigeschaltet. Okay. Was haben wir denn hier? So eine Art Ford Mustang, würde ich sagen. Uh. Ferrari. Das sieht nach einem Ford aus. Ein Charger? Keine Ahnung. Uuuh. Das sieht aus wie ein Nissan. Das habe ich mir nicht sicher. Den kenne ich auch nicht. Art Porsche. Uh. Der hat sich gut an. Ein paar Waus wählen. Natürlich schwarz. Gut. Wollen wir mal testen. So. Fülle deine Energieanzeige, indem du driftest, springst und hinter Gegnern draftest. Sobald wie bei anderen Wagen ein Symbol erscheint, kannst du ein Powerplay auslösen. Mit Powerplay schaltest du deine Gegner aus und verschaffst dir entscheidende Vorteile, um das Rennen zu gewinnen. Naja. Folge 1, Flughafen Terminal, werde mindestens 8 da, um mehr Credits zu erhalten. Leicht gesagt. Aber wir probieren es. Autsch. Boah, wieso drifte ich dir schon? Yes. Aber ich kann genau so. Oh, da war eine Abkürzung. Aber ausgewichen. Weg mit dir. Oh, da war eine Abkürzung. Ähm, scheiße. Zu spät. Da wollte mich einer ausschalten. Aha. Der ist ausgewichelt. Frechlein. Yes. Das hat gesessen. Boah. Vom feinsten erster. Und. Ein Break. Ein guter Break. Aber ich höre schon Gegner hinter mir. Runde 2. Runde 2. Gucken, ob ich die Tankstelle jetzt packe. Ein paar Mausen hier rum. Die kommt doch eigentlich hier irgendwo gleich. Ah, nicht ganz. Da. Da können wir doch geradeaus. Nein. Nein. Ich muss denn heranscheiden. Kleister. Da wollte ich schön chillig durch die Tank gefahren. Da haben sie mich erwischt. Komm schon. Da wird mir irgendwas blau. Alles rausfeuern, was ich habe. Oh, ich habe ihn. Wieder erster. Mal gucken, ob ich es halten kann. Hinter mir ist noch keiner. Letzte Runde. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, hier kann ich wieder driften. Nicht ganz. Aber jetzt müsste ich durch die Tanke können. Jetzt. Nein. Boah, fast. Na, wie weit ist es noch? Oh, ein kleines Stück. Scheibenkreiser verdrücktet. Oh, mir ist schon einer am Lachen. Ich habe einen dicken Fahrfehler gemacht. 1,7 Sekunden voraus. 1,7 Sekunden voraus. Halt ihn gerade. Okay, was ist hier? Komm. Yeah. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 So, erfolgreich das erste Rennen gemeistert, dann schauen wir auch gleich in den zweiten Rennen rein. Mal gucken, was das ist. Oh, was haben wir hier? Was nimmt man jetzt mal? Ich glaube, den hier. Der ist ähnlich mit dem anderen, aber okay. Fülle deine Energieanzeige, indem du driftest. Yes, das versuchen wir. Innenstadt. Werde mindestens 8 da, um mehr Credits zu erhalten. Probieren wir aus. So. Meistern wir uns daran. Oh, die Klappen ausweichen. Verdammt. Yes. Wenigstens einen erwischt. So, und driften wir weiter hinterher. Mit unseren weißen Boliden. Ah, das war nicht gut. Yes. Und. Jawoll. Wenigstens aufgehalten. Oh. Da hat er mich versucht. Das hat nicht gereicht. Autsch. Das war keine Ahnung. Ich habe einen zerstört. Nein. Oh. Ein Crash. Und da erwischen wir noch welche. Und. Powerplay. Schön hinterher drappen. Überholen. Zweiter. Und. Geträumt. Ich habe ihn nicht gekriegt. Schade. Oh. Danke fürs Anschieben. Au. Nicht gekriegt. Schade. Haha. Ehr mich aber auch nicht. Nein. Ah. Er ist ausgewichen. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. hervorragend nicht gekriegt und fahr selber rein ich dachte ich komme da durch von meinem eigenen powerplay zerstört Suizidrennen gar nicht Naja, das sieht man nicht ganz so hervorragend, aber wir versuchen das nächste Rennen. Mal schauen, was wir hier für eine Karre jetzt fahren. So, wir fahren den noch. Feuerwerk! So, wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Wagen auf dem letzten Platz eliminiert. Nutze dein fahrerisches Können und bleib vorn. Du kannst auch Power Plays einsetzen. Benutze sie, um deine Gegner aufzuhalten. Okay, probieren wir es aus. Mit unserem Wannabe Porsche. Okay, schön den Grab rausnutzen. Oh yeah, oh yeah, filmen wir den ersten Balken. Danke. Alles daneben ist jetzt. Unglaublich. Alles ausweichend. Nein, der ist gut. Der ist gut. Der konnte all mein Shit ein bisschen ausweichen. Aber den nicht. Hahaha. Okay. Okay. Nein, das hat auch nicht verwischt. Weiter hinterher. Schönen Drahtausch mal zieht Yes Nein, nicht auf mich. Wow. Das sah ja cool aus. Oh, heftig. Aber ich bin nur Erster. Hervorragend! Nein, nicht auf mich. So, eins von drei. Also Dritter bin ich schon mal. Kacke. Nur weil ich mich so dämlich verbremst hab. Na ja, immerhin komm, Zweiter. Schade drum, aber wir sind nicht Letzter. Das ist ja schon mal mega. Kuh. Okay. Ne Finte. Baustelle haben wir Platz zwei erreicht. Dann wollen wir jetzt das nächste Rennen angehen. Komm. Alle Fahrzeuge freigestaltet. Wir nehmen jetzt mal, komm, den hier. Du Röker kannst zurücksehen durch den Rücken. Von dem rechten Stick nach hinten. Okay, wieder eine Eliminierung. Okay. Boah, die haben aber fette Dinge ausgewählt hier. Bisschen den Drugdog nutzen. Oh, da geht's lang. Oh, Flipper. Hier lohnt sich das nicht. Aber gleich hier. Oh, ich auch. Selbstzerstörung. Sechs von sieben. Nein. Hier kommt. Nein. Oh, ich hab geträumt. Aber immer einen Powerplay rausgeholt. Nein. Oh. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Oh. 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 Gefahr. 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 Nein. Aber Mann. Wir haben uns qualifiziert für das Bonus-Event. Fünfter. Das ist mega lame. Aber egal. Wir probieren noch das Bonus-Level. Okay. Wir fahren in Handzug. WGT. Das war so schlecht. Detonator. Fahre eine Runde gegen die Uhr. Von dir werden automatisch Power... Vor dir werden automatisch Powerplays ausgelöst. Weiche den Hindernissen und Schockwellen aus und schlage die Zeit. Oh, das probieren wir. Ziel 1.25. So wenigen Driften wie möglich, glaube ich. Und... Ausgewicht. Schleicht gedriftet. Aber mega schlecht. Meine Fangstelle nehmen wir nicht. Oh, ausgewichen. Ausgewicht. 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 Und... Ausgewicht. Ich habe keine Ahnung. Yes. Aber sowas von Ausgewicht. Sowas von schreck gedriftet. Boah, ich habe eine mega Explosion. Nein. Gerade noch geschafft bei dem Turm. 1.25. Wir haben die Zeit geschlagen. Und... Yes. 50 Credits. Puh... Würde ich sagen. Erste Runde in der Meisterschaft qualifiziert, yes, Glückhafen Terminal und wir können die Meisterschaft angehen. So, schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Bin ich ja mal gespannt. Es geht um alles bei diesem Rennen gegen die Split Second Elite. Nutze dein Können und deine Streckenkenntnis um zu gewinnen. Werde mindestens Dritter, um dich für die nächste Folge zu qualifizieren. Uh, probieren wir's. Hammer und Braun und Torpedo. Oh, shit. Ich wollte ja eigentlich nicht den Draft mitnehmen. Ah, keinen erwischt. Nein. Oh, das brennt sich so früh. Oh, yeah. Das sah gut aus. Ah, der will aber, wie kann man denn rücken? Oh, ausweichen. Oh, was lenkt der so steif? Nein, 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 nein. Oh. Shit. Oh, Dreck-Sack. Oh, schön. Uh. Nein, ich dagegen komme. Oh, nicht auch noch rein. So, haben wir ein bisschen was mit dem Dürfstab geholt. Und wieder verkackt. Nein. Schau mal, ich zeige mir was Blaues. Uh, yeah. Powerplay. Doppelzerstörung. Doppelzerstörung. Oh, hervorragend. Nein. Nein. Oh, knapp. Aber wieder eine Doppelzerstörung. Oh, ich fahre rein. Oh, ich fahre rein. Oh, schön, ey. Schön, der Drip. So, wir müssen dann auch wen vernichten. Oh, yeah. Oh, schön rum. Den Bau noch mit in Drip. Oh, der ist losgerissen. Echt so. Haha, direkt neben mir. Zwei von acht. Mal gucken, ob ich das halten kann. Oh, ho, ho, ho. Sie hat mich hier mit eingeholt. Den habe ich doch gerade zerstört. Komm. Rattpunkte. Oh, geil. Na, kriegen wir Pizzen noch? Nein. Zwei von acht. Oh, wir haben ihn noch gekriegt. Oh, wir haben ihn noch gekriegt. Wir haben die Meisterschaft gewonnen. Du gewinnst 50 Credits. Und damit enden auch schon die 30 Minuten Split Second für die Xbox 360, da haben wir ja nochmal das tolle Finale geschafft. Und falls ihr auch Bock habt auf das Spiel, dann kann ich es ja nur empfehlen. Es macht mal echt Spaß zwischendurch. Tolle Arcade Racer mit viel Bum Bum. Aber bevor ihr es zockt, lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da. Folgt mir auf Twitch bitte und Instagram. Das wäre mega nice. Damit würdet ihr die Spielebibliothek auch wirklich sehr unterstützen. Die im Moment ja schon über 640 Spiele hat, aber Talent steigend. Damit ihr auch eine größere Auswahl habt und vielleicht den einen oder anderen Titel für euch findet. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye Bye. Euer Tox. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018